So Leute, mein ganz herzlich willkommen zu meinem Paar von Let's Play Pokemon Let's Go Mewoli, Evoli Ich kann anfangen und ich freue mich drauf Ja, habe auch gute Laune sonst und ja Fangen wir an die Runde Wir haben es ja auch lange nicht gezockt, möchte ich auch eigentlich mal weitermachen Es ist zuletzt gezockt, immer so ein kleines bisschen weiterer Überhang und jetzt habe ich Walk auf neuer Runde Aber leider freier Spielstand haben wir gewählt Hallo, 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 hallo Sorry, so, ist egal Ich kann weitermachen, das wird sowieso spannend Ich denke mal Wir haben mal lange nichts mehr gemacht, oder? Hier vor allemand, das ist kein Problem, hallo, hallo, hallo So, hallo, kein Problem pokémon und letzte wo die ob lang ist man macht aber jetzt könnte auch endlich mal weiter gehen wirklich wir waren stehen hier aber ist eigentlich meine ich meine späteren aber man wollte halt noch mal einen neuen spielstand heute hier kein problem ja alle schon macht man eben was die einstellung mal eben so so würde ich gehen ja hallo ja so ist halt gut wir auch einfach jetzt weiter ich habe auch gute laune jedes mal wenn ich wenn ich mich so am hafen legen schmeißen wie immer eine party und lade trainer einnahmen die mit uns feiern möchten cool dass du auch ein paar leute einlitz wirklich sozial von dir das doch mal an alle leute denkst weil viele matrosen denken die einmal 90 das habe ich mal gehört es kann auch falsch sein oder oben ist ein dieser von von muschel oder wie es heißt muschi nicht muschi muschel muschila wir haben doch dass wir es heißt weil auch nicht wie es heißt aber ist ja nicht schlimm der kapitän ist ein meister des schwertkampf fisch wir sprechen den talenten zeigt er so wie man die geheime technik mal nicht spalschnitt meistert spalschnitt schneidet und meistert ok ja ich wusste jetzt nicht wie es heißt deswegen sorry passiert aber man glaube ich holly hallo die ist ganz aufgeregt cool ok sehr schön du wirst kämpfen mit mehr können wir machen kein problem kein problem und Let's go now. Zeig, du bist dauernd. Okay, ich halte nicht. Ja, hat er uns aber auch viel Schaden gemacht, ich merke schon. Wir können mal schauen, ob wir uns heilen können. Genau, besser ist besser. So schaffen wir es auch, genau. Das ist genau, genau. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön, Baby Joke. Danke sehr, vielen Dank, Baby Joke. Alter, Alter, eigentlich schlecht. Knisterladung, bitte sehr, du fucker. Maka, Maka, Hinsatz. Yes, sehr schön. Biss, bissi, oder? Sehr gut, freut mich. Krasser Boy, bist du, krasser Boy. Lolololum, Moscholo. Der Fenster. Ja. So. Damit sehen wir auch noch dich, weil du hast halt auch eine scheiß Schwäche gegen Pflanzen, denke ich mal, oder? Ja. Nicht ganz, aber halt ein bisschen, ist auch okay. Ich bin mit, ich bin mit dir ganz aller wenigstens zufrieden. Und wenn du eine Schwäche hast, dann merkt man es ja, bei diesen Zwischen, bei diesen Knacken, aber wenn du halt Pflanzenattacken auch nicht so gerne liebst und auch nicht so gerne magst, dann bin ich damit auch zufrieden. Keine Säure, du Marscholo. Marscholo Boy, du bist sowieso besiegt. Weil du schwach bist. Weil du nett bist, weil du nett bist, Manni. Das ist wichtig, dass du jetzt verschwindest. Es muss verschwinden, okay. Zack, zack. Vielen Dank. Nicht schlecht. G-la-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. So. Das geht, oder? Was möchtest du denn, mein Lieber, E-bo-li, Polly? Hallöchen. auch weil ich so süß nackt, dann bin ich unbedingt hier rein ok also nicht schlecht wirklich nicht sind wunderschöner hengua ist wirklich ein cooler hengua ist glaube ich genau das kann man auch noch diesen wald rosenhebel siegen der von draußen und sie anstarrt schon die ganze zeit und hat einen quaddox cool gemacht coole idee die besiegen wir auch noch runter ich denke schon also ja ja ich habe ein doppelklick ist glaube ich genau komm herr mensch du bist dauernd mensch du bist nicht schlecht gut nicht schlecht ich weiß ich kann auch einfach stecker rein tun wenn es hält dann mache ich das mein abgut mal wieder leer aber es geht ganz gut guck mal es geht ganz gut und hat ganz gut auch geklappt schön gehen wir mal raus die kampf haben wir sowieso auch geschafft ganz 8 sektabel haben wir den kampf geschafft so ist gut hallo feenkampel hallo hey was geht denn ach da oben ist die kabinie des kapitäns übrigens wenn du ihn fragst bringe dir vielleicht die geheimstechnik bei für die er bekannt ist ok für das fand wirklich gerade sei leider gar nicht so gut aus aber du sollst die trotz meinen besuch abstatten ach ja was wie dort lasst mich doch eben überprüfen wie gut denn wir gucken und nicht haben acht scheiße warum kämpfen auch noch jetzt nicht ganz machen ich werde das jetzt nicht ganz machen weil ich halt auch auf jeden fall noch andere zu bett auch noch aufnehmen möchte deswegen kann ich auch nicht jetzt die kampf beschreiben ich werde versuchen ist ein pokémon noch von über siegen ja so ein pokémon zu besiegen aber nicht alle körper versuchen aber nicht mehr ok los geht's los geht's baby ja genau jetzt machen wir mal knisterlade und dann bist du auch versiegt dann bist du auch besiegt und versiegt ja ok ja nicht dann machen wir halt bis nicht schlechte attacken ist alles cool alles macht hausen spaß doch alles hat die angegriffen glück haben ein paar halt auch zurück geschickt haben ok jetzt treffer als besiegt sehr schön so muss ein video aber nicht gesehen aber nicht gesehen hat man nicht gesehen es besiegt oh mein gott bis nächstes mal ich liebe euch so sehr schau ja selbst nicht schütt